Ich habe einen Vorschlag für Sie. Mein Junge, Freund, will mir einen Heiratsantrag machen? Heiratsantrag. Also, mein Junge, ich gebe Ihnen da 1.000 Ohren. Ich kann 25 Filme per Monat machen. Jeder wird Ihnen 10.000 kosten für die Qualität haften. Herr Götter, wo brauchst du so viel Geld? Ja, Ostern haben mir gefallen. Willst du Viertelmillion Euro für Ostern vergold? Auch für Sie. Du hast mich zum Lachen gebracht. 25 Filme? Also, nehmen wir das an. Wollen wir komplexieren? Was kannst du mir vorschlagen? Alles, was sie wollen. Und sogar mehr. Klingt viel vorsprechend. Hast du keine Angst vor deinen Oberpartnern? Weil euch nicht mehr das Kino-Tierrein legen. So viele Verstrafmünde für uns war sehr ernsthaft. Und ich werde ihn behalten. Ich werde außen einen Star machen. Der will mit. Ihm ist kein Problem zu verhaufen. Wenn ich zu siehe, dann werde ich jemand anderes finden. Ich brauche von Ihnen eine Prinzipiale Zusage. Ja oder nein. Und die Bezahlung besprechen. Ich glaube, du hast recht. Business ist gesund. es ist gesund. Siegrass gegenüber dabei. Ich war mit ein Haarland. Und dann ging es ein Haarland. Es distinh Aeropodobligt. Dann ging es Colombischen Zetrein.